Hossa Internet, in dem ganzen Zoff um die GameStop PS4 Pro Eintauschaktion gibt es jetzt nochmal erfreuliche Neuigkeiten, nämlich dass alle, die noch heute am 28. und am 29. April eine Vorbestellung für eine PS4 Pro abgeben, die nach wie vor zu diesen Konditionen bekommen, bis spätestens Anfang Juni. Die Konditionen bleiben gleich, das heißt man bringt seine alte Playstation 4 Konsole in eine Filiale mit zwei Spielen und zahlt dann 99 Euro dazu, dann bekommt man eine brandneue PS4 Pro. Für so eine Vorbestellung erwartet GameStop aber, dass man von diesen 99 Euro schon 30 Euro anzahlt. Die Aktion wird dann aber auch relativ bald durch den großen Ansturm wieder abgebrochen, also bis zum 29. April kann man es noch vorbestellen, am 30. April werden Vorbestellungen schon nicht mehr berücksichtigt. Mimimi Productions hat eine Stellungnahme zu ihrer kontroversen Aktion vom Deutschen Computerspielpreis abgegeben. Wir erinnern uns, die hatten in der Kategorie Bestes Game Design für ihr Spiel Shadow Tactics eigentlich den Preis und damit 40.000 Euro gewonnen, haben sich auf der Preisverleihung aber auf der Bühne dann entschieden, den Preis nicht anzunehmen. Auf der Facebook-Seite gibt es jetzt eine Stellungnahme zu dem ganzen Vorfall, da es auf dem Event ja keine Erklärung gab. Die Erklärung, die von Mimimi jetzt kommt, ist aber die gleiche, die schon in einer internen E-Mail des Bundesverbandes Games zu lesen war, nämlich man möchte nicht einen Preis annehmen, bei dem es Unstimmigkeiten bei der Abstimmung der Hauptjury gab. Eine so große Überraschung, wie das auf den ersten Blick wirkte, war es aber offenbar gar nicht für die Veranstalter, denn Mimimi sagt, sie hätten im Vorfeld schon die Veranstalter darüber informiert, dass sie im Falle eines Preisgewinnes den Preis nicht annehmen würden. Trotzdem möchte man nicht die Leistung der anderen Preisträger und den großen Aufwand der Veranstalter schmälern und schließt mit den Worten, wir wünschen uns einen starken, glaubwürdigen und Branchen- sowie bundesweit akzeptierten DCP, wir bleiben auch weiterhin Verfechter und Befürworter des DCP als Konzept, wir hoffen auf eine faire und zeitnahe Aufklärung der Situation und blicken dem DCP 2018 positiv entgegen. Nintendo hat einen neuen Handheld angekündigt, den New 2DS XL. Der hat jetzt die gleiche Bildschirmgröße und Rechenleistung wie der New 3DS XL verzichtet aber, wie der Name schon sagt, auf den 3D-Effekt ist dadurch aber noch ein bisschen leichter. Außerdem ist auch ein Amiibo-Scanner mit an Bord. Diesen New 2DS XL sollte es schon ab dem 28. Juli geben, in den USA kostet der 150 Dollar, für Europa gibt es noch keinen Preis, der wird sich aber dann vermutlich auch bei rund 150 Euro einpendeln. Das war's für diese Woche mit den News, ich wünsche euch jetzt ein schönes langes Wochenende, wir sehen uns dann am Dienstag zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!